moin moin liebe leutchen damit ich mal wieder mit city skyline 2 schön dass man wieder am start seid dankeschön fürs einschalten so dann werden wir mal hier wieder weitermachen ja schön die meldung wieder an machen hat sich immer noch nichts geändert lieber leute wir schauen wir gleich nach woanders liegen könnte wir gehen hier zum postwesen glaube wir haben die post sortierstation noch nicht gebaut nur die kleine ostamt zwar sitzen jetzt hier eine hin hier hinten an das bestimmt zu dicht an der gesetzen dass sie mitten rein im farbe das noch updaten müssen können wie auch immer das hat sich ihm gelohnt und wir setzen noch mal eine hier drüben hin auf der anderen seite es war jetzt sind wir das hier hin und gleich noch mal ein postamt dazu das postamt natürlich an einer hauptverkehrsstraße vielleicht hier hier müssen wir auch noch postkästen nachsetzen ab so jetzt können wir mal gucken ob wir die noch sind aufblähen könnten aufpowern verkehrt dazu müssen wir hier rein gehen ja können wir hier hinten ran am besten wenn man dennoch daran setzen nein nur daneben ok und haben wir auch nicht wir können nur hier ansetzen ok so was gucken wir mal jetzt in dem großen was wir da machen können wenn wir hier noch einen rand setzen auch interessant machen wir mal nach hier hinten alles hier gebäudeerweiterung im objekt und den können wir hier ansetzen wenn man sogar noch einer von den sätzen sehr äußerst und wir sitzen das hier hinten auch hin um auch erweitern waren wir ihm hier so hinsetzen wir hier hin so zack gehen da drauf, gehen auch noch mal da drauf und wir setzen noch mal einen zweiten da ran funktioniert das? ne funktioniert nicht denn so da können wir noch hinsetzen von wir haben ja Post, so jetzt bauen wir noch Postkästen noch wieder, ne? Postkästen oh Gott, hier hinten haben wir noch gar keine, ne? Wir fangen mal hier hinten an so, gehen natürlich hier weiter, so, so, und so das sieht da schon ganz gut aus, hier nochmal zack ja ja fehlen überall noch die ganzen Postkästen ey, sind sie deswegen so traurig hier alles rot, Leute wir haben Bahnhof auch noch alles rot find überall die Postkästen das wird deswegen hier meckern ja 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 hier wird noch was hier an der Burg, dass sie gleich ihre Ansichtskarten gleich verschicken können auch haben wir hier auch nochmal einen drin so und hier an der Sackgasse hmmm wird schwierig, ne? mit dem hier ist noch mattrot noch recht aus, jetzt gehen wir hier rüber die ganzen Büroleute müssen hier ihre Post weg bringen können sonst wird das ja wohl nix das war das eben da darf ich nicht hier am Bahnhof nochmal hier an den anderen Bahnhof, so jetzt sieht das schon mal gut aus, jetzt hier unten noch in den anderen Viertel hier 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 nochmal hin klatschen bei den giert in den geliehen Wohnungen hier so siehts aus noch mal ein Post-Ding hier unten. Das sieht ganz gut aus, ne? So könnten wir es erst mal lassen. Erst mal. Postkästen auch. So, gut. Super, haben wir das schon mal. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ja. Die Surfer-Farm, die werden wir auch noch bauen. Und den großen Funk-Turm. Den großen Funk-Turm. Eieieiei, wo wollen wir den denn noch hinklatschen? Hier zwischen. Hier bei der... Hier ist noch eine Anbindung, im Fall wir da noch ran müssen. Platschen wir mal erst mal hier hin. Der große. Kann man den auch aufpowern noch mal? Aufpumpen? Ne, der geht nicht. Der geht nicht, der große. So. So. Eieiei. Oh. Dann werden wir mal hier ein, irgendwo hinklatschen. Oh, was war das denn jetzt? Meilenstein 19 haben wir. Gucken wir uns später an. Riesige Metropole haben wir jetzt. Gucken wir mal später noch. Jetzt mal hier noch einen hier hinten hin. So. Hier haben wir einen kleinen. Dann setzen wir hier noch einen hin, hier auf der großen Insel. Oh. Hier haben wir jetzt einen. Gucken wir mal wegen der Surferfarm. Surferfarm. Gucken wir mal, wie groß das Ding ist. Ja. Okay, da hinten wüsste ich schon mal noch eins. Macht das Krach. Mal gucken. Leermittel. Leermittel. Wenn wir hier noch eine Straße dazwischenziehen und dann, ah, hier steht auch schon gerade, naja, passt eigentlich, ne? Nehmen den Tenne hier. Wir finden hier eine Straße dazwischenziehen. Was machen wir auch? Passt ja hier irgendwo rein an unseren neuen Viertel. Hier passt ja nirgendswo rein. Okay. Dann setzen wir ihn hier hin. einmal eine Surferfarm und später nochmal hier eine. So, und hier müssen wir jetzt nochmal eine Straße rein zaubern. Straße. Querstraße hier an der Schule. so, wo war die Surfer? Ja, was ist denn nun? Was stört denn jetzt da hinten? Was stört hier? Was ist denn hier? Stromengpass. Warte, wir haben Stromengpass. Warte. Warte, wir haben hier Stromengpass. Uwe kaputt, dann aber was? Rot. Hm. Was haben wir hier für den Gebäude? Klinik. Habe ich hier noch irgendwas anderes an? So, eine Bushaltestelle. Warum wird das angezeigt? Wo soll ich noch eine zweite Leitung legen aus dem Kraftwerk hier? ja auch hier ist auch rot müsste da jetzt rot mensch wenn ich nicht im untergrund so ich muss ja hier stromengpass auf einmal nicht mehr wollten die surfer so viel strom der strom weg war wir gehen hier ran an dem und an dem hier gehen wir nach außen könnte man hier noch eine stelle bauen nach außen das mal was probieren nach außen an mann ja geht auch verbunden einfach hier quer rüber und wo so hier sind wir ja praktisch auch draußen vielleicht kriegen wir es noch verbunden mit ihmchen hier oh So, was ist hier los? Das haben wir, das haben wir. Ja, was Stationen haben wir gebaut. Achso, ja, ich wollte ja hier nochmal gucken, wie in der U-Bahn, ne? Das ist ja hier der Verteilzentrum gewesen. Wir müssen ja hier... ...einen U-Bahn-Bahnhof. Hier haben wir doch noch irgendwo einen kleinen gehabt. Was ist der denn hin? Wo ist der kleine U-Bahn-Bahnhof? U-Bahn. U-Bahn. Ja. Wir gucken mal, ob wir hier noch einen anzaubern können. Und zwar... ...von hier... ...ne, geht wirklich nicht. Geht nicht. Schade. Abbrechen. Geht tatsächlich nicht. Okay, was ist denn jetzt hier noch wieder? Leichenbogen. Äh, haben wir zu wenig. Da ist alles rot. Brauchen wir hier noch einen Krankenhaus? Na gut. Oh. Krankenhaus rennen. Gesundheitsinstitut. Das Große hier. Haben wir das schon irgendwo? Nein. Haben wir noch nicht. Können wir uns ja hier ransetzen, wa? Setzen wir das hier hin, wenn es geht? Ja. Zack. Lieber Scholli. Oh, das können wir nur einmal setzen, Leute. Krankenhaus. Das Große haben wir einmal da. Haben wir hier schon ein großes? Ne, haben wir noch nicht. Hm. Wo setzen wir das hin? Es ist ja viel mit Autos, mit Fahren. Sackgasse, Sackgasse. Dann setzen wir das hier hin, so. Und, kann man das noch aufbauen? Ja. Hä? Was denn jetzt wieder? Überlappend. Ach, das geht ab wieder los mit dem Flugplatz oder was? Hm. Flugschneiser. Jetzt können wir was. So. Hier haben wir die O-Bahn-Station. Haben wir auch. Wie sieht es mit den Dingern aus hier? Jetzt haben wir hier eine. Setzen wir hier eine ran. Kriegen wir da aber noch einen Kreisverkehr hin? Gucken wir mal. Ja, kriegen wir. Ja. Und da brauchen wir den Gang. Und dann wird's das hier. Ich versuche es aber auch sieben. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. was hat er für eine meldung Ölberge aufgestapelter müll wie man keinen ein fahrzeug mehr an glaube ich aber was nicht mehr ran da ist überall von gelegt wir wollen noch jetzt hier noch was hinsetzen wo sind wir überhaupt wir sind hier hinten haben wir dann hier im Friedhof hingesetzt ja hier so kriegen wir den anderen noch ein bisschen aufgepowert unseren ersten riethof und wie denn da alles gesetzt ihr habt ich nur zwei sachen ach ja ist ja hier aber das ding ist ja nicht das hat ja auch irgendwo und dass ich das nicht sehe hier ist das gebäude dort nicht mal das umpflanzen das umpflanzen und dann das das jetzt sind das um und haben wir noch mal platz hier das andere ding ok dann haben wir auch ein paar verbesserungen haben heute gemacht ja die post haben wir nach ihr holt ja mit verteiler stellen was annahmestellen briefkästen gebaut haben ein großes krankenhaus gebaut war verbesserungen gemacht ein paar sachen umgesetzt war zeuge dazugemacht hier für die handenhüse an so und vergrößert und friedhof dazu gebaut jetzt im zweiten das dürfte wo reichen erstmal schätze ich so leute mit diesen bildern werde ich mich dann heute wieder verabschieden vielen lieben dank fürs einschalten und rein bis zum nächsten mal und tschüss mit dem mit dem mit dem mit dem